Hallo zusammen, ich habe für euch die neue Enduro 3 getestet, besser gesagt einen kleinen Kurztest gemacht, da viele Funktionen der Fenix 8 ähnlich sind, sei es auch von den Sensoriken als auch natürlich von der Software. Die Enduro 3 erscheint dabei hier nur in einer Größe, das heißt also wir haben hier die 51mm Variante. Was die Verarbeitung der Enduro 3 angeht, so bekommt er hier ein faserverstärktes Polymergehäuse mit einer Titan-Lünette und das Display ist hier mit einem Saphir-Glas geschützt. Besonders hervorzuheben ist dabei das Gewicht. Die Duo 3 bringt mit dem Armband gerade mal ein Gewicht von 63g auf die Waage. Zum Vergleich die Fenix 8 in der normalen Titan-Version mit Armband kommt hier auf 92g und die Fenix 8 in der Edelstahl-Version auf nur 2g. Was das Display angeht, so bekommt er ein 1,4 Zoll großes Memory-in-Pixel-Touch-Display, das gerade draußen in der Sonne wirklich sehr gut ablesbar ist. Insgesamt ist das Display auch sehr sparsam, das heißt also Stromverbrauch ist sehr niedrig. Einzig wenn du in Räumen bist, wo es dann dunkler wird, benötigst du hier an dieser Stelle eine Hintergrundbeleuchtung. Das Display selbst hat sich auch gegenüber der Enduro 2 verbessert. Es ist klarer, schöner ablesbar und kommt hier an die Fenix 7 Pro heran, beziehungsweise es dürfte hier das ähnliche oder gleiche Display sein. Was die Steuerung bei Regen angeht, so müsst ihr weiterhin auf die Tasten ausweichen. Ihr könnt ja die Enduro 3 auch komplett über die Tasten steuern, da hier, wenn es sobald nass wird, das Display nicht wirklich gut beim Touch reagiert. Die Enduro 3 erhält gegenüber der Enduro 2 hier auch ein größeres Solarpanel verbaut. Das merkt man vor allem daran, wenn du direkt in der Sonne stehst, dass hier Einspeisungen über 100% gelehrleistet werden, also wenn es optimal reinscheint. Das heißt also, wenn es dann nicht optimal ist, kannst du auch hier schon trotzdem die 100% Einspeisung erreichen. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Akkulaufzeit aus, die natürlich hier deutlich verlängert werden kann mit der Enduro 3. Eine Neuung der Enduro 3 ist dann auch jetzt die Option, hier die Taschenlampe zu nutzen. Du hast nämlich jetzt eine verbaute Taschenlampe im Gehäuse. Das Weißlicht ist dann auch wirklich sehr hell, sogar so hell, dass du damit sogar wandern gehen könntest oder einen Nachtspaziger machen. Wenn jetzt irgendwie die Dunkelheit einbricht, das ist auf jeden Fall kein Problem. Aber nicht so hell, dass du jetzt damit joggen gehen kannst. Und als Gegenlicht gibt es dann hier die Farbe Rot, die du ebenfalls hier einsetzen kannst. Was die CPU-Leistung der Enduro 3 angeht, so ist diese hier deutlich besser als beim Vorgänger. Garmin gibt jetzt nicht viele Informationen bekannt, was die CPU angeht. Aber wenn man in der Menüführung ist, merkt man eindeutig, dass es hier flüssiger läuft als noch bei der Enduro 2. Ganz besonders merkt man es dann, wenn man eine Roundtrip-Route berechnet, also das heißt eine navigierte Route auf der Uhr. Diese geht hier deutlich schneller als noch auf der Enduro 2. Auch das Rerouting, also wenn du jetzt unterwegs bist, zum Beispiel Back to Start oder zurück zum Start machst und hier die Route wechselst, werden die Berechnungen ebenfalls sehr schnell auf der Uhr durchgeführt. Was die Menüführung angeht, so haben wir alle Änderungen der Phoenix 8 auch auf der Enduro 3 erhalten. So habt ihr zum Beispiel bei Display und Helligkeit nun die Möglichkeit, auch hier auf der Enduro 3 die Textgröße individuell anzupassen. Das heißt also, ihr habt jetzt nun einen Regler, bei dem ihr das Ganze einstellen möchtet, wie ihr das möchtet. Ihr seht hier, werden die verschiedenen Größen angezeigt. Und ihr könnt es dann auswählen, wie ihr das haben möchtet. Darüber hinaus wurde auch hier bei den Aktivitäten das Ganze etwas aufgeräumt. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier oben rechts auf die Aktivitäten drückt, landet ihr nicht mehr direkt in den Aktivitäten. Vielmehr habt ihr unten dann alle Punkte angezeigt, die ihr hier nutzen könnt, wie zum Beispiel Messenger, die Musik, Protokolle. Und ihr habt dann auch jetzt hier auf der Enduro 3 die Möglichkeit, wenn ihr das Ganze neu sortieren möchtet, dass ihr hier länger auf das Widget draufklickt. Und dann könnt ihr es einfach nach oben oder nach hinten schieben, wie ihr das haben möchtet. Wenn wir dann selbst auf die Aktivitäten draufgehen, da bekommt ihr dann ebenfalls eine Änderung angezeigt. Und zwar könnt ihr hier auf Laufen zum Beispiel gehen. Da bekommt ihr dann einmal die täglichen Trainingsvorschläge angezeigt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel ein Schwellentraining, aber natürlich dann auch die Trainings generell. Alles rum die Navigation, als natürlich dann auch die Aktivitätsoptionen. Hier könnt ihr zum Beispiel dann auch hier die Datenseiten konfigurieren, die Alarme setzen. Und so habt ihr das dann auch wirklich schön in Übersicht, beziehungsweise wird alles nicht mehr hier in Untermenüs versteckt und könnt so eure Enduro 3 für euch individuell einstellen. Im Bereich der Widgets bekommt ihr natürlich wieder alles Bekannte angeboten. Wir haben hier das Wetter dabei, bei dem ihr schön eine Übersicht seht, wie dann das Wetter sich entwickelt, wie für die nächsten Stunden, als auch für die nächsten Tage. Ihr habt eine Übersicht der Mondphasen, aber natürlich dann auch den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und ihr habt an dieser Stelle natürlich auch wieder das Angelwidget angezeigt. Da könnt ihr dann sehen, wie dann die besten Fangzeiten sind. Als natürlich dann auch hier eine Übersicht der Ebbe und Flut, wie auch dann natürlich die Weltzeituhr. Auch das wird mit der Enduro 3 ebenfalls unterstützt. Was wir neu hinzubekommen, ist dann die Möglichkeit, den sogenannten Dock-Track-Modus zu nutzen. Das heißt also, du kannst deinen Hund hier mit einem Sender versehen und diesen hier auf der Enduro 3 nachverfolgen. Das dürfte gerade für Jäger interessant sein. Ebenfalls neu ist dann auch hier die Möglichkeit, einen Countdown zu setzen. Ich habe es zum Beispiel für meine Kinder an Weihnachten eingetragen. Und hier kannst du entweder Tage definieren, die du dann zum Beispiel als Reise oder Festtage hast. Oder dann auch gewisse Zeiten kannst du ebenfalls hinterlegen und bekommst dann hier auf dem Widget den Countdown angezeigt. Beziehungsweise, wenn du mehrere hast, kannst du dann auch einen Favorit setzen. Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, den Garmin Messenger zu nutzen. Das heißt also, wenn jemand anders auch eine Garmin-Uhr hat und einen Garmin-Messenger an Bord, dann könnt ihr auch gegenseitig kommunizieren. Voraussetzung hierfür ist aber, dass ihr beide ein Garmin-Connect-Konto habt, beziehungsweise dann auch ein Gerät, was dann die Message hier empfangen kann. Im Bereich der Fitnessfunktion bekommt ihr auch auf den Enduro 3 alles das angeboten, was wir von den Garmin-Uhren schon kennen. So gibt es zum Beispiel die neue Garmin Body Battery, bei der ihr natürlich einmal ganz klassisch die Body Battery seht, beziehungsweise den aktuellen Stand und natürlich die verbundene Stressmessung. Und du hast natürlich hier im Detail auch nochmal Aufschlüsselung, wie der Tag verlaufen ist, beziehungsweise was dich hier am meisten Energie gekostet hat. Und was natürlich dann auch nicht fehlen darf, ist natürlich eine Übersicht der Schritte, beziehungsweise deine Schrittziele, als natürlich dann auch die Etagen, die werden ebenfalls mit Enduro 3 gezählt. Und natürlich eine Aufschlüsselung deiner verbrauchten Kilokalorien, beziehungsweise hier deine Passivkalorien, bekommst du auch schön hier detailliert im Widget angezeigt. Natürlich bietet die Garmin Enduro 3 auch die Möglichkeit, hier deinen Schlaf aufzuzeichnen. Wir sehen uns hier im Widget, wenn ihr reingeht, bekommt ihr einmal eine Übersicht, wie sich dann euer Schlaf zusammengesetzt hat. Wir sehen uns hier, kürzer als ideal. Und ihr bekommt dann auch einen Sleep Score angezeigt, als natürlich dann eine Aufschlüsselung, wie sich dann die ganze Nacht zusammengesetzt hat. Wobei man das Ganze immer mit Vorsicht genießen sollte. Da natürlich hier Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen eher ideal im Schlaflabor ermittelt werden können. Ebenfalls gibt es dann auch hier nun den Schlafcoach. Das heißt also, hier bekommst du eine Übersicht, wie dein optimaler Schlaf ist. Du könntest heute etwas mehr Schlaf benötigen. Das heißt also, durch meine schlechtere Nacht fehlen mir etwa 30 Minuten Schlaf, was ich hier wieder aufholen sollte. Und es gibt natürlich auch hier jetzt auf Enduro 3 die Möglichkeit, dann Nickerchen aufzuzeichnen. Das heißt also, wenn du dich dann mittags hinlegst, siehst du das ebenfalls an auf Enduro 3 bzw. wird dann mitgetrackt. Was das Schlaftracking an sich angeht, so kann ich zumindest sagen, dass die Einschlafphasen, Aufwachphasen mittlerweile sehr gut erkannt werden. Es gibt also nur eine Abweichung von 2, 3, 4 Minuten. Aber es ist schon weit, weit weg von den Abweichungen, die wir auf den Vorgängermodellen gehabt haben. Darüber hinaus bekommst du dann auch schön grafisch angezeigt, wie deine Herzfrequenzvariabilität in der Nacht war. Das heißt also, wie erholt hast du dich wirklich in der Nacht. Ganz, ganz gut sehen. Ich war jetzt hier noch gerade so im grünen Bereich. Es dauert aber dann ein paar Tage oder zwei Wochen, bis du dann die Daten siehst bzw. die Grafik. Die wird für dich individuell gemessen. Und so bekommst du nochmal schön im Detail angezeigt, wie du dich dann erholt hast. bzw. ob du dann hier vielleicht mal etwas zurücktreten solltest, weil deine Herzfrequenzvariabilität dann schlecht ausgefallen ist. Und darüber hinaus bekommst du morgens, wenn du aufstehst und das Ganze aktiviert hast, auch den Garmin Morgenbericht angezeigt. Hier siehst du dann im Detail zum Beispiel, wie deine Nacht war, bekommst du Schlaf angezeigt, deine Garmin Body Battery oder kannst auch einen Kalender einblenden lassen, welche Termine hier für den heutigen Tag anstehen. Auch was die Trainingswidgets angeht, so bekommt ihr jetzt alle Trainingswidgets auf den Duo 3 angeboten, die Garmin jetzt hier im Repertoire hat. Wir sehen hier zum Beispiel das Trainingsbereitschaftswidget, bei dem ihr auf einen Blick seht, wie bereit ihr für ein Training seid. Dafür gibt es hier verschiedene Einflussfaktoren wie Schlaf, Erholungszeit, Herzfrequenzvariabilität oder zum Beispiel akute Belastung. Generell kann ich sagen, das Trainingsbereitschaftswidget ist wirklich ein sehr gutes Widget. Es hat bis jetzt immer das abgebildet, wie ich mich auch gefühlt habe. Das heißt also, es ist auch wirklich sehr verlässlich. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist dann hier der Trainingszustand. Hier bekommt ihr auf einen Blick angezeigt, ob ihr jetzt vom Aufbau habt, vom Abbau. Das wird hier schön im Text dargestellt. Das sind auch hier die drei Faktoren, VO2max, Herzfrequenzvariabilität und akute Belastung sind hier ein Faktor. Und wenn ihr ein Widget herunterscrollt, seht ihr auch dann einmal die akute Belastung. Und hier seht ihr dann im Detail auch immer ganz schön, wenn wir jetzt einfach mal kurz reingehen, ganz runter scrollen, das Belastungsverhältnis. Das heißt also, bist du über 1, baust du deine Form auf. Bist du unter 1, baust du deine Form ab. Wir sehen auch hier schon einen grünen Bereich, wo man sich bewegen soll. Und so könnt ihr im Detail auch nochmal ganz einfach euch das Ganze hier anschauen. Stichwort VO2max. Diese wird ebenfalls hier auf den Duo 3 ermittelt. Das ist ja nichts Neues. Auch hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, einmal fürs Laufen das Ganze anzeigen zu lassen. Dabei bekommt ihr dann auch einen Laktatschwellenwert angezeigt. Das dauert aber einen kleinen Moment. Also ihr müsst einige Läufe machen, bis dieser Wert kommt. Und ihr bekommt natürlich dann auch hier eine Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und wie auch dann, wenn ihr ein Leistungsmesser mit dabei habt, könnt ihr auch die VO2max hier fürs Radfahren anzeigen lassen. Wir sind jetzt hier am Samstag gleich die letzte Tour gemacht. Und so habt ihr ebenfalls hier auf den Duo 3 VO2max mehr für das Radfahren. Und zu guter Letzt gibt es natürlich dann auch noch den Hillscore, der euch einfach anzeigen soll, wie gut ihr am Berg lauft. Das heißt also, mit hoher Anstrengung, mit niedriger Anstrengung. Das Ganze wird hier analysiert. Ich bin jetzt nicht viel in den Bergen unterwegs. Deswegen ist das Ganze hier auch bei mir nicht so optimal. Und es gibt natürlich auch hier dann auf den Duo 3 den neuen Ausdauerwert, den wir schon von der Fenix 7 kennen. Der wird ebenfalls hiermit angezeigt. Das heißt also, hier kommen die Hauptfaktoren wie Laufen, Radfahren und Wandern zusammen. Und da wird einfach gezeigt, wie gut ist deine Kondition hier für längere Touren. Im Bereich des Trainings habt ihr natürlich auch hier auf den Duo 3 die Möglichkeit, die allbekannten Trainingspläne auf Garmin Connect zu nutzen. Das heißt also, fürs Radfahren, fürs Laufen oder auch für Triathlon könnt ihr euch hier Trainingspläne herunterladen und diese auf die Uhr übertragen oder nach trainieren. Was neu hinzukommt, ist die Überarbeitung des Garmin Coaches. Wir kennen ihn zum Beispiel vom Laufen. So hast du jetzt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Krafttrainingsplan zu hinterlegen. Das heißt also, um zum Beispiel die Kraft zu maximieren oder um deine Form aufzubauen oder Muskeln aufzubauen. Das habt ihr jetzt hier in der Auswahl. Und da könnt ihr auch zwischen den verschiedenen Geräten auswählen, wie euer Trainingsplan aussehen soll. Was natürlich auch auf der Duo 3 nicht fehlen darf, ist dann hier auch das Wettkampf Widget, bei dem ihr dann im Garmin Kalender entweder einen eigenen Wettkampf anlegen oder einen Wettkampf suchen könnt. Diesen könnt ihr dann auswählen und dann bekommt ihr auf der Uhr individuell für euch einen Trainingsplan angelegt. Der richtet sich natürlich nach dem, was ihr an Ziel angegeben habt. Also sei es eine Zielzeit oder dann auch Erreichen der Distanz. Und so habt ihr dann individuell für euch einen eigenen Trainingsplan hier auf der Uhr. Was das Aktivitäts-Tracking angeht, so bekommst du bei der Garmin Induo 3 nahezu fast alle Aktivitäten, die Garmin hier in seinem Portfolio hat. Du hast zum Beispiel hier einen Adventure-Lauf, da kannst du einfach loslaufen. Da bekommst du keine GPS-Daten angezeigt. Die bekommst du dann später in der Auswertung. Oder du hast dann auch einen Hindernislauf, bei dem du dann hier am Hindernis das Ganze pausieren kannst. Und natürlich dürfen Sachen wie Laufen und Trail-Laufen ebenfalls nicht auf den Induo 3 fehlen. Natürlich werden dann auch Radfahren und Indoor-Radfahren unterstützt, aber auch Ballsportarten wie zum Beispiel Fußball oder Basketball werden unterstützt. Und natürlich das klassische Wandern ist ebenfalls auf den Induo 3 enthalten. Und du hast natürlich auf den Induo 3 auch die Möglichkeit, hier Multisportarten durchzuführen, wie zum Beispiel Triathlon oder Duathlon. Und du kannst auch ganz spontan, wenn du zum Beispiel laufen gehst und dann kommst auf eine Laufbahn und sagst, okay, ich möchte hier noch zwei, drei Runden drehen, dann kannst du hier auf Sportart wechseln gehen, während der Aktivität. Also die wird weiterhin aufgezeichnet. Und dann hier auf den Laufbahnmodus wechseln. Und sobald du die Laufbahn wieder verlässt, kannst du dann wieder zurück auf deinen Lauf gehen. Und so hast du die Möglichkeit auch während der Aktivität hier und da deine Sportart zu wechseln, ohne dass du vorher Multisport gestartet hast. Bei den Trainingsdaten selbst während der Aktivität, die du auch für dich individuell einstellen kannst, bekommst du natürlich auch hier wieder deine Laufleistung angezeigt, also Wattmessung im Handgelenk. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, hier Laufeffizienzwerte am Handgelenk zu messen. Und es gibt natürlich auch hier wieder die Stamina-Funktion, die dir über den Lauf anzeigt, wie viel Restkraft du noch hast. Und wie schon erwähnt, kannst du natürlich hier ein Leistungsmesser beim Radfahren verbinden. Da bekommst du dann auch ebenfalls die Wattwerte hier auf der Uhr angezeigt. Kleine, aber feine Änderungen gibt es nun im Bereich der Navigation. So hast du nun die Möglichkeit, mit der Garmin Enduro 3 hier deine Strecken zu teilen, in denen du die Garmin Share-Funktion nutzt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Empfänger ebenfalls eine Uhr bzw. ein Gerät hat, was Garmin Share unterstützt. Und so hast du nun die Möglichkeit, hier Wegpunkte oder dann auch Strecken hier unter den Freunden zu teilen. Darüber hinaus erhält auch nun die Garmin Enduro 3 das neue Dynamic Roundtrip Routing. Roundtrip Routing selbst ist ja nichts Neues. Das gab es auch schon von Enduro 2. Hier konnte es dann fürs Laufen, fürs Radfahren eine Distanz eingeben und eine Richtung. Und dann hat die Uhr hier automatisch eine Strecke für dich errechnet und hat dich dann entsprechend danach navigiert. Was neu hinzukommt, ist, dass das Ganze nun auch auf die Uhr direkt fürs Wandern geht. Das konnte man früher nur über die Garmin Connect App machen. Das geht, wie gesagt, jetzt auf der Uhr. Ebenfalls neu ist dann auch das dynamische Roundtrip Routing. Das heißt, wenn du die Strecke verlässt, bekommst du nicht mehr die Meldung, okay, du hast die Strecke verlassen, lauf wieder zurück. Nein, das Dynamic Roundtrip Routing rechnet hier eine alternative Route und zeigt dir diese dann an bzw. danach wirst du dann hier navigiert. Das klappt auch ganz schnell, ohne Probleme. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie das Wegenetz ist und in welchem Gebiet du gerade unterwegs bist. Es kann sein, dass es etwas länger dauert, wenn du gerade eine größere Strecke hast. Aber nichtsdestotrotz, du bekommst die Alternativen angezeigt, wenn du jetzt zum Beispiel auf einem gesperrten Weg nicht laufen kannst. Ebenfalls gibt es nun eine weitere Ergänzung, wenn du jetzt zum Beispiel ein Distanzziel laufen möchtest. Und das ist egal, ob du das mit Distanzziel und mit Pace machst oder nur ein Distanzziel. In der Vergangenheit war es ja so, du hast dann einfach eine Distanz eingegeben und dann hast du zum Beispiel nach 10 Kilometer Signal bekommen, okay, die 10 Kilometer sind erreicht. Was neu hinzukommt ist, dass du jetzt nach 50 Prozent der Strecke eine Meldung bekommst, beziehungsweise wenn du es aktivierst, dann hast du angezeigt, ob du zurücknavigiert werden möchtest. Und wenn du es aktivierst oder bestätigst, dann bekommst du auch hier eine Route zurück auf deine Startstrecke. Und dabei berücksichtigt die Uhr dann auch die Distanz, die du laufen möchtest und hast dann auch hier eine Strecke, die dich dann hier nach Hause navigiert. Natürlich gibt es dann auch weiterhin die alten klassischen Funktionen, wie zum Beispiel die Around-Me-Funktion, bei denen du jetzt hier Restaurants in deiner Umgebung suchen kannst oder Schlafmöglichkeiten oder natürlich auch die Option hier Back to Start oder zurück zum Start zu nutzen. Das heißt also, wenn du jetzt unterwegs bist, kannst du das auswählen, dann navigiere dich die Uhr zurück. Oder es gibt natürlich auch die Option hier auf der Karte, einen Wegpunkt zu speichern und dich dann später an diesem Wegpunkt wieder hinnavigieren zu lassen. Wie schon bei der Phoenix 8 bekommst du nun auf der Enduro 3 ebenfalls das neue Navigationsmenü angeboten. So hast du einmal die Möglichkeit, wenn du auf der Karte bist, rechts oben auf das Menü zu drücken, um dann direkt auch die Karte rein- und rauszusoomen oder weitere Karteneinstellungen durchzuführen, ohne tief hier in irgendwelche Einstellungsmenüs reinzugehen. Darüber hinaus bekommst du auf der Karte dann auch ein Radar angezeigt. Da siehst du dann eine Zahl, wie weit das Ganze entfernt ist. Das hilft gerade den Leuten wie mir zum Beispiel, die hier Entfernung schlecht einschätzen können. Und wie schon beim Vorgänger bekommst du natürlich auch bei der Enduro 3 während der Navigation wieder das Client Pro angezeigt. Das heißt also, dein Berg wird dann auch wieder hier in verschiedene Anstiege aufgeteilt. Und da weißt du auch immer direkt, wo du gerade unterwegs bist, beziehungsweise was noch vor dir steht. Und wenn du von links nach rechts wischst, bekommst du wie bei der Phoenix 8 das neue Navigationsmenü angezeigt. Da kannst du drauf gehen und daher bekommst du dann angezeigt, wie dann noch die Restdistanz ist und die geschätzte Ankunftszeit, beziehungsweise auch nochmal hier einen Kartenausschnitt. Und da muss ich sagen, das finde ich leider nicht so gut gelöst, dass man das Ganze nun ausgelagert hat. Ich würde es mal wünschen, dass das Ganze hier auch ebenfalls komplett im Menü angezeigt wird. Aktuell zum jetzigen Zeitpunkt konnte ich das leider nicht umstellen, so wie ich das aus der Vergangenheit kenne. Was die Navigation selbst angeht, so bekommst du etwa 30 Meter vorher dann ein Signal oder eine Vibration aufs Handgelenk, dass hier eine Abbiegung stattfindet. Du siehst dann auch am Pfeil, wo du dann abbiegen musst. Die Karten selbst sind auch sehr detailliert. Das heißt also, du siehst dann auch alle markanten Punkte auf der Karte. Das heißt jetzt Wälder, Bahnstrecken, Flüsse, das ist alles enthalten. Was die Abbiegenweise an sich angeht, so bekommst du die meisten ja angezeigt. Es kann drin auch mal zur Situation kommen, dass eine Abbiegung stattfindet und kein Hinweis kommt. Dies tritt noch ganz, ganz selten auf, aber es ist leider nicht auszuschließen, dass es dann dort jetzt mal stattfindet. Solltest du von der Route abkommen, bekommst du natürlich dann auch den Hinweis, dass du die Route verlassen hast. Und solltest du schon eine Enduro 3 besitzen und wunderst dich jetzt, warum bekomme ich jetzt Abbiegenweise oder Signale auf die Uhr? Ganz einfach, mit dem neuen Patch 11.82 wurde das Ganze jetzt behoben. Es gab vorher einen Bug. Das gleiche ist auch bei der Phoenix 8, falls du eine Phoenix 8 haben sollst und dieses Video gerade siehst. Ebenfalls gab es hier ein 11.81 Update und da sind jetzt auch alle Abbiegenweise dann auf deiner Phoenix 8. Eine große Stärke der Enduro-Reihe ist natürlich die Akkulaufzeit. Es hängt aber stark davon ab natürlich, wie ich die Uhr einstelle und wie ich sie nutze. Ich habe die Uhr jetzt zum Beispiel 24-7 getragen, habe eine Herzabgrenzmessung durchgeführt, 24-7. Blutsauerstoffmessung wurde ebenfalls durchgängig aufgezeichnet. Schlaftracking wurde betrieben und ich habe in der Woche etwa drei Trainings a eine Stunde gemacht und komme hier so auf eine Laufzeit von etwa 20-22 Tage. Wenn du natürlich jetzt hier zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung, ich habe es jetzt auf 8 Sekunden stehen, etwas runterdrehst und auch die Helligkeit von 50% auf etwa 30% runterdrehst, dann sind natürlich auch hier längere Laufzeiten möglich. Wenn wir uns dann das Aktivitäts-Tracking anschauen, dann hängt es natürlich auch stark davon ab, was ich mit der Uhr mache. Der schlimmste Fall, beziehungsweise das, was den meisten Akku verbraucht hat, war tatsächlich das dynamische Roundtrip-Routing. Ich bin ja öfters mal von der Strecke runtergegangen, die Uhr musste das alles neu berechnen und so kam ich zum Beispiel hier auf einen Verbrauch von etwa 4% pro Stunde, was eine Laufzeit von 25 Stunden entspricht. Und dabei hat sogar etwas die Sonne geschienen, das heißt also, die Enduro 3 konnte auch ein bisschen hier seinen Akku aufladen. Anders sah es dann zum Beispiel bei einer Radfahrt aus, da hatte ich dann einen Sensor verbunden, in dem Fall ein Leistungsmesser. Und hier kam ich zum Beispiel auf einen Verbrauch von etwa 2% pro Stunde, das entspricht zu etwa 50 Stunden Laufzeit. Oder ich habe dann einen Lauf im Dunkeln gemacht, dabei hat es dann auch geregnet, das heißt also, hier musste dann die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert werden und da kam ich ebenfalls auf einen Verbrauch von etwa 2% pro Stunde und dabei war hier kein Sensor verbunden. Insgesamt also auch hier maximal 50 Stunden Laufzeit. Jetzt ist es natürlich so, wenn draußen die Sonne scheint, sind auf jeden Fall hier auch Verbräuche unterhalb von 2% mit der Enduro 3 möglich. Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, bei der GPS-Aufzeichen das Ganze für dich individuell einzustellen, das heißt also, du kannst auf intelligentes System gehen, da such die Uhr selber aus, das ist etwas stromsparender oder auf alle Systeme bzw. bis hin zum Tourenmodus und da kannst du natürlich hier die maximale Akkulaufzeit rausholen, die hier im Optimalfall bis zu 320 Stunden bei der Enduro 3 sein kann. Wenn wir dann schon im Bereich der GPS-Einstellung sind, dann ist natürlich auch der GPS-Track interessant und so bietet uns die Enduro 3 hier wirklich eine sehr gute Aufzeichnung, was die GPS-Daten angeht, sei es jetzt hier, wenn du im Wald unterwegs bist oder auf dem Freigelände ist überhaupt kein Problem, die Wege werden hier wirklich sehr gut und akkurat dargestellt. Auch bei der Entfernung Distanz kann ich hier keine großen Unterschiede gegenüber anderen Uhren feststellen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich dann die optische Herzsequenzmessung. Die Enduro 3 bietet uns hier den Garmin-Sensor der fünften Generation, das heißt also den neuesten Sensor, den Garmin zu bieten hat. Sollte Garmin irgendwann mal in Europa hier EKG freischalten, so wäre dieser hier bereit, auch hier EKG-Daten zu messen. Wenn wir uns die Herzsequenzdaten gegenüber eines Brustgurts beim Laufen anschauen, können wir ganz gut sehen, dass hier die Verläufe gut wiedergegeben werden. Ich bin ja viel gestanden, habe dann gefilmt, bin aber auch zweimal hier an die Uhr gekommen, habe was eingestellt und man kann ganz gut sehen, dass es dann hier auch zu Messfehlern gekommen ist. Das heißt also, der optische Herzsequenzensor ist natürlich dann etwas empfindlich, wenn man hier an der Uhr herumspielt. Bei einem weiteren Lauf, den ich erstmal langsam begonnen habe und hinten dann Run & Walk durchgeführt habe, kann man ebenfalls hier den Verlauf sehr gut wiedererkennen. Das heißt also, auch hier werden die Täler bzw. Höhepunkte gut erkannt. Und auch beim Radfahren, was für viele Uhren oft ein Problem ist, sehen wir hier wirklich sehr gute Verläufe, was die Herzsequenzmessung gegenüber eines Brustgurtes angeht. Aber auch da gab es dann Messfehler, wobei ich mir an dieser Stelle nicht sicher bin, ob das jetzt hier am Brustgurt lag oder an der Uhr, das kann ich hier leider nicht nachvollziehen. Ein weiterer letzterer Punkt ist natürlich dann das Krafttraining. Es ist nicht meine Kernkompetenz, aber für euch mache ich gerne dann immer wieder eine Einheit. Die Verläufe werden dann halbwegs erkannt, es ist aber nicht im optimalen Bereich. Das heißt also, es wird nicht exakt des Brustgurtes wiedergegeben, wie wir es jetzt bei den anderen Aktivitäten haben. Aber wenn ihr jetzt mal den Brustgurt vergessen solltet, ist es dann auch hier an dieser Stelle kein Beinbruch. Insgesamt kann man sagen, für Radfahren, Laufen ist es auf jeden Fall hier möglich, ohne den Brustgurt rauszugehen. Wenn du optimale Werte beim Krafttraining haben möchtest, solltest du eventuell hier einen Brustgurt mitnehmen. Und da komme ich auch zu meinem Fazit der Garmin Enduro 3. Die Garmin Enduro 3 erhält alle Neuerungen der Phoenix 8, was das UI angeht, was die Navigation angeht. Und das sind auch wirklich sehr gute Änderungen. Gerade die Ergänzung bei der Navigation mit der Zielsetzung. Ich war jetzt zum Beispiel in Berlin gewesen, da habe ich das Ganze genutzt, das war wirklich sehr gut. Da konnte ich sagen, okay, ich möchte sieben Kilometer laufen. Nach der Hälfte der Strecke hat sie mich zurücknavigiert, weil ich mich in der Stadt überhaupt nicht auskenne. Aber auch das neue dynamische Roundtrip Routing ist wirklich eine spannende Sache, wenn du gerade fremd unterwegs bist. Darüber hinaus habt ihr mit dem neuen Prozessor auch eine deutlich flüssigere Menüführung, als es noch beim Vorgänger war. Und wenn du jetzt dich zum Beispiel nicht fürs Tauchen interessierst oder dann auch keine Sprachausgabe haben möchtest, so ein Mikrofon wie bei der Phoenix 8, das ist nämlich auf der Enduro 3 an dieser Stelle nicht enthalten. Für mich persönlich ist die Garmin Enduro 3 mit dem Memory Pixel Display auf jeden Fall das attraktivere Angebot gegenüber einer Phoenix 8 im Memory Pixel Display. Außer du bist natürlich Taucher und brauchst hier eine Sprachausgabe bzw. möchtest über die Uhr telefonieren. Wenn du das alles haben möchtest, dann musst du natürlich auf die Phoenix 8 zurückgreifen. Ansonsten würde ich dir auf jeden Fall hier die Garmin Enduro 3 empfehlen. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, falls du die Garmin Enduro 3 hast, wie deine Erfahrung ist, ob sie gut oder schlecht ist. Ist die Garmin Enduro 3 für dich ein Upgrade wert? Hast du schon die Enduro 2 und willst es upgraden? Schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen möchtest, ich habe natürlich auch den Test der Phoenix 8. In dem Fall hier in der AMOLED Version. Das Memory Pixel Display ist leider noch nicht lieferbar. Oder wenn du jetzt hier mehr Tutorials rund um Garmin sehen möchtest, dann habe ich hier auch noch eine Playlist rund um Garmin. Da kannst du mal reinschauen. Da gibt es auch schon zu den neuen Uhren was. Wenn es gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich für den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich dir deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.